Ja, willkommen zurück und meine Freunde, es ist etwas passiert und zwar hat man die Playstation nicht aufgenommen, den zweiten Teil vom Gefängnis, also ab dem Fahrstuhl, wo wir geflüchtet seien, ist nicht auf der Festplatte des PS4 Systems angekommen, ist ärgerlich, wer WhatsApp hat und den roten Smiley kennt er, was sich so aufhört, so schau ungefähr meinen Kopf aus jetzt, weil das ist eine Viertelstunde für den Arsch gespielt und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir das halt so, dass ich das erzähle, was da war, da hört man mich mal ein bisschen öfter, weil ich rede ziemlich wenig und macht eine Weile einen Spaziergang, also wir sind aus der Fahrstuhl ausgestiegen, da war rechterhand ein Raum, da haben wir dann einen Shotgun gekriegt, den haben wir uns natürlich genommen, dann haben wir eine Tür eintritt, und dann sind wir in den Raum gekommen, wo unser Typ dreingelegen ist und da waren relativ viele Polizisten drin, den haben wir dann alle ganz fein weggetan Und nachdem ich mir gedacht habe, super, ich habe alle weggetan, dann ist einer von den ganz starken gekommen, das heißt, der hat eine mega Panzerung gehabt, da habe ich mich nachher ziemlich schwer getan bei dem, mit dem Töten dann, aber den habe ich dann ungefähr nach einer Minute weggebracht, mit Shotgun, dann bin ich noch rumgelaufen, auf einmal habe ich eine Handfeuerwaffe gehabt, und das war natürlich in so einem gepanzerten Riesen, nicht gerade sehr von Vorteil, aber irgendwie geschafft, dann haben wir den noch bedroht Das passiert nicht vor meinem Versteck, jetzt unterbricht er da einfach meine Moderation Ja, den holen wir uns jetzt noch schneller, dann geht es weiter Also während ich laufe, kann ich eigentlich noch weitererzählen Dann haben wir uns einen Typen da bedroht, und zwar haben wir dann gesagt, tu hoch zu, du weißt sicher nicht mit der Polizei reden, weil sonst machen wir aus die 60 Tage, bei guter Beführung wären es noch 30 gewesen, machen wir gleich mal 60 Jahre Ja, das habe ich dann auf dem Handy gezeigt, da war er not very amused Ich glaube, den haben wir auf die Stillseite gezogen und dann wollten wir flüchten aus Gefängnis, aber die Polizei hat es natürlich umgestellt und nach einer wenig actionreichen Jagd sind wir dann eigentlich wieder da angekommen, wo wir jetzt sind Und das ist eine sehr kurze Folge Und in der nächsten, weil in dem nächsten Auftrag, wie man sieht, auf der Kauten haben wir ja auch schon Fahren wir dann mit der Kampagne weiter Und zwar zur Kampagne Heilt durch Junge So, es tut mir leid, dass man die Flucht nicht gesehen hat Aber das Aufnehmenprinzip bei der Playstation 4 ist für mich noch nicht ganz optimiert Erstmal wegen der Zeit, dass man noch 15 Minuten aufnehmen kann Und so sieht man nicht, dass man aufnimmt Das kann man immer nur nach Gefühl machen So, trotzdem weiterhin viel Spaß Und in diesem Sinne, Servutze